Ich habe alles gespottet, was ich konnte. Nein, nicht. Ja, wegen streamen und wir streamen und sie snipen nicht. Wir stream snipen. Hier dann Kapkan oben irgendwo. Weiß nicht, so auf die Grenze finde ich IQ eigentlich echt ganz gut. Kapkan macht... Ich weiß nicht, er hat irgendwo an der Osttür irgendwas angebracht. An der Westen die Tür. Ach, da hat sich einmal geworfen. Die finde ich ja schnell. Weiß ich nicht. Vielleicht zwar eine Cam-Breezer. Wo? Was? Mit dem Lüfter. Habt sie schon. Oh nein. So. Warum hast du jetzt die Tür aufgemacht? Weil der Stacheldraht da war. Wir haben wieder so ein Loch gemacht. Ja, das ist durch meine Sprenge gekommen glaube ich. Achso. Nee. Smoke kommt. Smoke kommt. Oh, hier schießt was raus aus dem Raum. Warte Conny. Conny neben uns. Hör er hin. Hör er ohne. Er ist weggegangen. Er hört dich nicht. Mach mal zweite Front auf. Er ist reingegangen in den Raum. Objektiv. Da ist Clear. Freezer, macht auf. Der macht auf. Freezer, du musst raus. Freezer, du musst raus. Freezer, du musst raus. Freezer, du musst raus. Der hat hinter dir aufgemacht. Oh, die Kapkan ist unten rechts bei dir. Ich hab die Cam nicht geholt, ne? Weißt du schon. Oh mein Gott. Bei mir war der Kapkan, okay. Hab ich. Oh, jetzt ist er rausgekommen. Oh. 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 Dass der auch rausrennen kann. Den ganzen Hallway. Okay. Yo. Wo war der? Ja. Hit detection, ist einfach. Banane. Nice. War das der? Ja. Das war die erste, die wir gemacht haben. Nee, naja. War quasi in Gang lang. Wie er noch entkommen kann. Ah, warte, weh. Ja. Fuck, hat er wieder? D4. Okay, der letzte muss auch drin sein. D2. Nice. Schön durch die. Aber die Wand war doch verstärkt, oder? Nee, war die bei dir zu? Nee, aber das war eine verstärkte Wand. Ja, du kannst zwischen verstärkte Wände an den Seiten durchschießen. Alles klar. In-Game, sagen wir mal, die ersten fünf Zentimeter geht's durch noch. Das ist auch so schlecht wieder. Ja. Das fehlt mir bei Battlefield ja tatsächlich so ein bisschen, dieses Links-Rechts-Lehnen, ne? Ja. Da gewöhnt man sich doch extrem dran, wenn man Siege so lange gespielt hat. Oh, Endlos-Ladestring. Den Raum sichern. Wir müssen... Öh. Öh. Ich bin natürlich nahe nach oben, ne? Ich geh doch mal hoch. Hier und da muss ich eigentlich keinen Strom ranlegen, oder? Das bringt eh nichts. Die Gegner haben in Biogefahr, bis der älter lokalisiert. Die Gegner haben in Biogefahr, bis der älter lokalisiert. Und den irgendwo aufgemacht haben. Wer zu sagen. Alles nach oben. Also oben die komplette... Die Lupe da. Achso, hast du schon. Kommt jemand noch mit hoch? Ja. Mach dann hier wieder mich zu, ne? Du musst... Na komm, mach nur die Tür zu, wo du reingehst. Ne? Geht's nicht mehr? Jo. Alle oben. Alle auf ein zweiter. Ist egal. Wir können davon droppen. Die Tür ist blockiert! O, wie ist er das so knapp? Ne, ne. So schnell sind die nicht. Können die den Winkel nicht reinschießen von uns? die kameras die seien hier hoch bei uns der termit bringt an alle anderen kameras sind aus da haben sie auch einer ist oben hängt da an den dings fuck oben auf dem dach bei uns glaube ich es hier oder das fenster oder freezer keine ahnung ich habe es aber auch gehört das war das fenster unten bei mir bei mir das außen fenster das heißt ich werde jetzt dann gleich angezündet wahrscheinlich ich bin der wakery cam im waiting room was ist denn da was könnte einer richtung visa sein hier gepäck und rolle ok irgendwas abseilen bei mir irgendwie das hört sich so an wie noch westlich ich habe ein bisschen Angst dass da einer kommt na ich habe da startart eine holztür ist da eine tür ja müsste man hören eigentlich jetzt eher links von uns oder ja ja oben oder unten das war oben das war glaube ich im treppenhaus ja die türstüne war auch unten schon die esch ist schon unten im treppenhaus jo ich bin tot der ist einfach drin wie ging das du hast doch nicht die Tür zugemacht doch aber warum hört man das nicht ne da ist kein holz der ist einfach durchgelaufen bei mir da ist kein holz ja die gegner sichern den bio gefahrgut behälter im der 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 die der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020